Leute, wir sind in Actionmarkt in Bielefeld und ich muss alles kaufen, was Claudia berührt, mit Augen zu. Okay, und go. Wieso bist du eigentlich direkt am Regal? Das ist voll unfair. Ja, keine Ahnung. Greif zu, greif zu, greif zu. Oh Gott, ich habe so Angst, dass ich mich hat. Und Taschmeister, aber Leute, so viel, wie ich in die Hand nehmen kann, so viel wird mir Elli auch kaufen. Richtig. Das ist aber jetzt echt wirklich schon ganz schön viel, ne? Das reicht jetzt aber auch. Okay, Claudia, mach Augen auf. Also ich würde sagen, das reicht jetzt, ne? Auf jeden Fall viele Kuschel denken, finde ich toll. Upsi.